Ja, mach einfach, mach einfach, mach einfach. Ja, herzlich willkommen zu Mach einfach WG mit dem Rother. Ja, haut mich einfach hier, ey. Hallo. Und der Julia. Hallo. Er hat Kohle gedruppt. Ich weiß, was ich mache. Ich habe hier eine Flasche mit Kreosote-Zeug drin von Radycraft. Weil wenn, also wenn Rother sich das sein persönliches Domizil baut und Rhea unser Haus so schön macht und meins ausschaut wie eine Baracke, dann werde ich jetzt einfach mal die Zeit nutzen, auch mal unproduktiv zu sein. Ich meine natürlich Baumaterialien zu sammeln, um mein Heim schöner zu gestalten. Wobei es ist zwar nicht mein Heim, aber ich wohne trotzdem halb drin. Aua. Weil dann mache ich nämlich meine Schmiede aus dem Material, weil so ein Steingebäude passt doch da am besten. Auf jeden Fall. Oh, oh. So. Ich habe eine Messing-Axt. Okay. Götze. Und eine Loot-Chest. Götze. Ach, Reward-Bag. Nur Scheiß drin. Toll. Na, besser wie nix. Ach, hatten wir nicht gesagt, wir brauchen noch so Regale zum an die Wand hängen? Ja, ich versuche mal rauszufinden. Oder findest du gerade welche? Ja, ganz, ganz viele sind hier. Nimm mit. Nimm alle mit. Mal gucken, ob die stacken. Normal schon. Bledermäuse hier unten sind alles, ey. Scheiße. Also die Flasche mache ich bei Keine Ahnung rein. Okay. Ich habe noch, äh, dreimal Native Copper. Ist doch für dich bestimmt interessant. Ja, kannst du entweder bei mir einfach irgendwo reinschmeißen oder du schmeißt es, oh, da war ein ekelhafter kalter Luftzug. Ich mache bei Erze und Edelsteine rein, aber da habe ich auch noch mehr. Da ist auch noch was davon drin, es sind 16 Stück. Ich sage ja, es ist nicht meine Zeit momentan. War eigentlich zwischendurch Nachtmahl? Nee, aber jetzt wird es Nachtmahl. Ja, stimmt doch. Ey, ich bin zu Hause. Wir haben eine Kiste für Samen. Ich glaube, das wollte ich nicht. Ah, ich habe eine schöne Wohnung gefunden, hier unten drin. Schön hell erleuchtet. Sehr herrlich hier. Da, die sind Hosen drin. Mit Schutz, Halbbarkeit und Protection. Bis klar. Not bad. Gleich dreimal die gleiche Hose. Das ist viel. Ich glaube, wir müssen demnächst mal schlafen. Ich kann jederzeit schlafen, wenn ihr wollt. Ja, ich glaube, es sollten wir demnächst mal machen. Also ich kann auch jederzeit schlafen. Und ich habe Espenholz bekommen. So, jetzt staunst du, ne? Nee. Ja, aber noch nicht genug. Nur drei Bretter, aber gut. Espenholz, ne? Dann haben wir das wirklich aus so einer Kiste geholt, irgendwo. Ja. Dick im Bett. Statistik, ein Buch. Liegst du dich auch hin, Schmatter? Ich lege mich auch hin, Moment. Ich schlafe. Guten Abend. So, ich bin schon wieder wach. Help. So, was haben wir hier? Espen, saun, habt ihr auch noch? Quest Pakistan. Das denn? Keine Ahnung. Ich muss Mief ersetzen. Weißt du. So, was ist das für ein Muss hier? Kann ich das lesen? Seite 1 und 2. Architekt to Rescue and Nodes. Stonebrick 0. Cubblestone 0. Blocks 0. Ironbast 1051. Chests 204. Mobspawner 254. TNT 154. Greyback. Aha. Aha. Rogueless Dungeon. Version 143. Ja, man muss das mal würdigen, für den der hier die Rogueless Dungeons gemacht hat. Können Sie nicht? Ich habe noch einen Schlafsack. Braucht noch jemand einen? Ja, ich. Das ist dann der, den, wo Mief hat, den kriegt dann der Gast. Ja, ich nehme den dann mit. Ich muss anderes Zeug einfach hier lassen. Jetzt, ich habe keinen Platz mehr dafür. Und denen noch ein paar suchen? Dafür meine ich habe nichts mehr so trinken. Ich werde gleich hier ewig brauchen, um hier rauszukommen. Ach du Scheiße. Womit ich habe hier reingegangen. Erstmal was essen. Da sind noch solche. Dann baue ich mein Haus nämlich aus dem Zeugs hier zusammen. Und da noch welche? Ah, das wird ein Schniekelhäuschen. Schnieke. Die Schnieke, Schnieke. So. Die Musik könnte auch mal öfter kommen, vom Intervall her. Kann man nicht einstellen, ne? Ne. Ne. Was geht da schon? Scheiße, 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 ich muss weg. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. RIP, Brother. Wo bin ich gekommen? Ich glaube, ich bin von hier gekommen. Hallo, Hilfe. Hilfe. Es wird dir keiner helfen. Hilfe. Doch, doch, ich bin gleich draußen. Hilfe. 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 Du bist gerade ein Buch vom Himmel gefallen. Du bist gerade ein Buch vom Himmel gefallen. Nee, irgendein Mob ist hier runtergefallen. Und der Mob hat ein Buch getroffen. Jetzt einfach nach oben und nicht mehr runterfallen. Ich runterfallen bin ich tot. Ach, der Spawner über mir hat sich aktiviert. Hehe. Und dann ist ein Mob. Oh. Da fällt, da verzaubert das Buch. Oh. Hallo. Ein Grimoire, oder was? Ein Todeswälzer. Heißt der echt so? Ja. Hört ihr nicht an, oder was? Ja, jetzt ist es tot. Das hat ein Buch fallen lassen. Ist ja geil. Kann man aus den Büchern was lernen? Ähm, nee, das ist ein normales Buch. Ganz schwere Kost. Ist ein normales Buch. Sie erschlägt dich. Ja, fast. Ich habe eine Wasserflasche von dem Viech gedroppt bekommen. Uuuuh. Juhu. Juhu. Ach nee, warte, das war das Viech, das mich heute genervt hat. Ah, ich habe Musik. Juhu. Irgendwas zu trinken, oder? So, jetzt habe ich... Du hast... Okay, solche habe ich keine mehr. Du hast... Da ist was zu trinken. Ein Teich, ein Teich, da ist Eis drumherum, alles klar. Haben wir Winter oder sowas? Kann schon sein. Dürfte jetzt allmählich soweit sein, lass mich gucken. Frühwinter haben wir mittlerweile. 1. Dezember. Wir müssen aufpassen, wann gedönsdings wird. Weihnachten. What the fuck, was ist das denn hier? Eine Ampelanlage. Kommt dann was Besonderes? Was? Hier sind Schienen und Ampelanlage, die bringt Rot. Was darf ich jetzt? Das bringt rot. Doppelkopf-Blocksignal, Light-Level 04040, wie geil ist das denn, Alter? Oh, da kommt was. Krabben, Krabben greifen wir an, Krabben greifen wir an, Hilfe, ich habe keinem Leben. Was wollt ihr von mir? Geht weg, geht weg, ich schlag euch mit meiner Axt, ich schlag euch mit meiner Axt, bis ihr blutet. Oder länger. Denen sie heute, wer gewinnt? Wer gewinnt? Krabbe oder die Krabbe? Lauter, ich glaube, was war da. Krabbe greift an, Krabbe, auch meine Axt ist kaputt. Krabbe, sind wir hier bei Pokémon oder was? Ja. Nächste Woche, Mittwoch kann ich nicht, ne? Das erste Pokémon Nighthunting-Nacht hier bei uns in meiner Stadt. Meinst du, das ist jetzt gerade ernst? Also ist dann, aber ich wäre natürlich kein Bedarf drauf. Oh, okay. So. Mal den Spawner da oben wegmachen. Warum kommen die Krabben denn her? Gibt es irgendeine Krabben-Spawner oder was? Was denn hier? Aus dem Krabben-Salat. Vier Milliarden Schalter sind hier. Oh, das wäre jetzt was Geiles. Name-Tag, interesse mich nicht. Was, Krabben-Salat? Ja. Iiii. Er ist dir das nicht weg. Also ich bin totaler Fan von Meeresfrüchten. Ich verabscheue jetzt nicht. Wie geht Meeresfrüchten? Nur Muscheln darf ich leider keine mehr essen. Wieso? Weil ich, selbst wenn ich nur so fünf, sechs Muscheln esse, die komplette Nacht dann im Stundentakt mir alles nochmal durch den Kopf gehen lasse. Und das Schlimme daran ist, dass ich nicht verstehe, wieso, denn ich habe keine Eiweißallergie und Muscheln bestehen ja eigentlich nur aus Eiweiß. Ich kann ja auch schriftlich Pro-Essen ohne Probleme. Das geht meiner Mutter genauso und der Witz daran war, die heißen auf Spanisch, ich glaube ich kotze. Hallo, ich habe gerade was gefunden und zwar eine Espentür. Ich brauche gar keine Espenholz mehr, ich habe eine Espentür gefunden. Auf Italienisch heißen sie so. Da ist es die Kotze. Ja, es ist halt total schade, weil wie gesagt, ich mag, also ich mochte Muscheln immer sehr, sehr gerne. Ich habe die als Kind sehr gerne gegessen und von einem Tag auf den anderen habe ich halt dann mal mir das abends so nach dem Essen als kleines Kind nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und ich habe mir gedacht, ja gut, oder ich habe eigentlich gar nichts dabei gedacht, weil naja, das passiert halt mal. Ja gut, habe ich gesagt, dass ich keinen Muscheln mag. Und dann kam irgendwann Tag X, wo ich dann mal wieder Muscheln gegessen habe. Und da habe ich nicht großartig dran, dann mir auch nicht großartig was dabei gedacht, warum ich jetzt da an dem Abend, nur hätte es sein können, dass die schlecht waren, weil das war halt bei einem bekannten Zuhause, wo halt die Mutter Spaghetti Bongole gemacht hat. Bongole. Und dann war ich irgendwann bei meinem Daddy und da habe ich ein paar mehr gegessen und das war schlimm. Das war richtig schlimm. Wirklich, ich bin einmal die Stunde bin ich aufgewacht und bin gerannt. Und das Schlimme ist, ich dachte, dass ich irgendwann um drei, vier Uhr das letzte Mal aufgerannt bin. Aber mein Lebensgefährte meinte so, nee, nee, also er weiß, dass ich um fünf und um sechs auch noch aufgerannt bin. Und ich war also schon so fertig, dass ich nicht mal mehr davon wusste. Das war halt richtig grausam. Und ich verstehe es nicht, ich liebe Schrimps und ich kann Schrimps essen, so viel ich will. Das ist aber fast das gleiche. Unser Wasserloch friert zu. Ernsthaft? Ja. Das könnte ein Problem werden, oder? Nö, du kannst es hier wieder abbauen, aber du musst es halt dann, uh, ist das kalt. Ist das tief genug? Unser Wasserloch ist ein Block tief und die frieren. Dann sollten wir eventuell das ganze Zwei-Block tief machen. Ja, kannst du wieder aufschlagen. Du schlagst gerade auf. Achso. Oh, es kommt aber sehr schnell wieder zurück. Ja, eben aufschlagen, Wasser nachvollwertig. Was ist denn ein Problem? Ja, im Winter. Ja, die kommen fast direkt nochmal nach. Ich stelle irgendwas Heißes drumherum, einen Lava-Eimer oder so. Pass jetzt nicht, ne? Ich mach's nicht, ob eine Fackelbrille was bringt. Das kann ich dir nicht sagen. In der Theorie würde ich sagen, jo. Da packst du es, würde ich sagen, keine Ahnung. In dem Spiel hier kann man es immer so schlecht sagen. Nein, die bringt nichts. Bringt auch nichts. Da wohnen wir, da bin ich. Oh, cool. Die laufen Katzen rum. Schreiben die mich an, ich weiß es nicht. Oh, was ist das denn hier? Wohnt hier jemand? Hallo, hallo. Was, was? Borna wohnt hier. Zombies Borna, okay. Der wird mal kaputt gemacht. Wohnt ist das hier? Dampfhammer, alles klar. Dampfhammer. Was ist das für neuer Gassen? Holzkohle, im Moment. Holzkohle. Da kenne ich jemanden. Hier genügend Material abzubauen, aber nein. Da kenne ich jemanden. Oh, die Holzkohle. Irgendwann kleidet mir das auf den Kopf, ich sehe das schon. Oh, YOLO. Holzkohle nehmen wir mit. Nice. Deswegen wäre ich ja eigentlich unterwegs gewesen. Jetzt weißt du es wieder. Um Holzkohle zu finden. Ich weiß es, ich habe es nicht vergessen, aber ich hau es. Oh, ich habe so eine kleine Schmiede gefunden, da gab es Holzkohle. So, jetzt gehe ich weiter. Nicht viel, aber acht Stück. Oh, der Schnee auf den Bäumen sieht ja geil aus. Richtig episch. Ja. Den haben wir hier noch nicht. Dann zieht sich das also so langsam durch die Gegend, oder wie? Dann fällt es ja auch einfach nicht. Hier kommt jetzt Schneebiom, oder sonst ja nach. Mit einer Grenze dazu. Hier geht es tief runter. Ah, guck einer an. Du das noch mal ein anderes Material. Gibt es die anderen Bäume im Schneebiom? Guck mal, laufen wir mal ein bisschen. Hallo, im Winterwunderland. Du das Wasser vor dem Haus friert aber auch ein. Ach, das ist der hier. Macht ja nichts. Taut im Sommer bestimmt auch wieder auf. Das ist der hier. Oh, hier ist auch ein Häuschen. Hallo, jemand zu Hause? Natürlich nicht. Hier sind alle Häusler verlassen in dieser Welt. Alle. Aber Holzkohle ist hier. Oh, die die nur mit. Ich bin mir gerade unsicher, ob das eines von den Steinen war, die wir noch brauchen. Kohleblock, okay. Kohleblock. Vielleicht ist es das. Lass mich mal gucken. Open. Zwiebelsamen. Ich habe Zwiebelsamen gefunden. Nice. Ich weiß noch nicht mehr, wie ich mich mitnehmen soll. Alles noch, aber alles egal. Lassen wir ihn jetzt hier. Marmor. Okay, war es nicht. Egal. Ritter, Metall, Barone, ne, den nehme ich mit. Ich lasse das Ding hier. Radstone können wir auch hier lassen machen, weil es nicht unbedingt. Ich würde ich diesen Kohleblock noch gerne mitnehmen, scheiße. Nein, ich wäre nicht beinahe runtergefallen. Nein, du bist nicht gerade runtergefallen. Nein, ich wäre nicht gerade beinahe runtergefallen. Nein, du bist nicht gerade beinahe runtergefallen. Scheiße. Ich würde mir ein Spiel rausmachen. Ich würde sagen, wer wäre beinahe runtergefallen? Nichts. Verzaubertes Buch. Lesen 1, kurz 3. Holst du Sneaky for Enchantment Description. Ah, Sneaky. Nur Description, was vor und vor sich ist Enchantment. Ich habe ein Seil gefunden. Brauchen wir ein Seil? Ich glaube, ich habe auch schon eins. Für irgendwas, was man schon gebrauchen kann. Naja, lieber mal mitnehmen als nicht. Naja, ich habe ja eigentlich keinen Platz. Das ist das Problem gerade. Ist jetzt dein Problem, Walter? Weiß. Gehst auf Tour und nimmst kein solcher Krügel mit? Krügel? Was? So Krügel? Hab ich ja. Kannst du doch da ein bisschen was reinpacken? Solche Krügel? Ne, solche Krügel habe ich nicht dabei. Ich auch nicht. Gehst du auf Tour und nimmst nicht solche Krügel mit? Ja. Aber die Folge ist vorbei. Was? Aber erst seit 23 Sekunden. Okay, tschüss. Bis dann, tschüss. Tschüss. Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Minecraft VG mit Ria. Hallo. Und Raza. Wie war ich seit fünf Folgen noch nicht so sehr produktiv? Hallo. Schon wieder? Dann gibt's nichts Neues bei dir. Was? Wer hat das gesagt? Was? Ich weiß nicht. Wir haben nichts gehört. Ich würde mich jetzt langsam mal nach Hause übergeben. Ich glaube, ich habe jetzt eine komplette Folge ein Haus abgebaut. Alter, das hat aber einer eigentlich bei dir, ne? Ja. Der hat's aber eigentlich gehabt. Der hat's wirklich eigentlich gehabt. Der hat gerade einen Kaffee gekauft. Der wird kalt. Ich muss nach Hause. Der hat wieder so. Kaffee to drive. Das ist wahrscheinlich so einer, der dann kurz bevor er zu Hause ankommt, zwei Straßen vorher noch schnell beim Auspuffen ein bisschen rumschraubt, damit Mama nicht mitbekommt, dass er den Auspuff wieder getunt hat. Ja, genau. So einer war das. Ja, wobei, der müsste schon längst zu Hause sein. Ach, den kennst du schon? Nee, nee. Damals, ähm, bei einer anderen Wohnung gab's jemanden, der ist immer um fünf vor zehn vor unserem Haus vorbeigefahren. Und wir haben uns halt irgendwann, haben uns einen Spaß gemacht und haben immer hinterher geschrien, wenn das, also wenn's so eher zehn Uhr war statt fünf vor zehn. So, jetzt aber nach Hause, bevor Mama schimpfte. Weil das halt immer um diese Uhrzeit war. Hier ist ein Pfirsichbaum, kann ich den irgendwie mitnehmen, oder? Nein, ich glaube, also wir wissen bis jetzt noch nicht, ob man das Zeug wirklich irgendwie abbauen kann. Wir haben's schon versucht, dass wir Blätter abgebaut haben. Aber es hat nicht funktioniert. Gut, erst mal schlafen legen. Gute Nacht. Nacht. Ich liege, ich liege beim Schlafsack unterm Pfirsichbaum, ist duft nach Melone. Bin wach. Du hast. Ah, ja. Unter anderem. Hunger. Ich hab jetzt eine richtig geniale Idee. Oh, pass auf. Oh Gott, das ist ein Hase. Pass auf, jetzt kommt eine richtig geniale Idee. Oh, da ist, da ist meine geniale Idee. Drei, zwei, eins. Oh, shit. Was? Alles klar. Was ist da drin? Red Bull. Nein, das ist ein, pass auf, ein. Bin ich Red Bull. Organic Rockstar. Nicht nach etwas, was mir schmeckt. Es ist bio und vegan. Ich hab die heute gesehen und ich konnte nicht dran vorbeigehen. Es ist ein neuer Energy, hallo? Die schmecken alle scheiße. Nein, ich hab ihn abgebaut und ist kaputt gegangen. Gut, dann wissen wir das auch. Ja, das haben wir auch gemacht. Das hab ich dir aber gesagt. Ja, ich hab da nochmal versucht. Vielleicht habt ihr das anders gemacht und so. Glaubst du uns gar nicht. Doch, ich glaub euch das schon. Das glaub ich aber nicht, dass du uns glaubst. Ich glaub schon, dass ich das glaube. Weißt du, das muss immer alles selber machen. Ja, ja, Männer halt. Ich hab ja, ich hab mal mit dem Messer versucht erst. Und dann dann so und hier und da. Oh Gott, dann ist er eher der einzigste Mann heute. Weil wir heute verkehrte Wellen. Deswegen bin ich jetzt so weit weggerannt, damit er mir ja nichts tut. Dann werden das ja diesmal voll die Weibchen folgen. Irgendwann musst du zurückkommen. Zum Pfeilweibchen? Nein. Nein. Wir müssen uns ja jetzt, wir müssen jetzt eigentlich voll Klischees erfüllen und so. Ja, hast du heute, wie viele Schuhe hast denn du heute gekauft? Also ich hab, äh. Keine. Ähm. Keine gekauft, okay. Ich auch nicht. Weißt du, was das Witzige ist? Ich bin halt, ich hab halt tatsächlich ein paar Turnschuhe, ein paar Hohschuhe. Und was hast du denn die Schuhe gekauft? Und irgendwie noch so fünf Schuhe, die eigentlich schon längst weggeschmissen gehören. Und ich hab keine Ahnung, wo die hierher kommen. Wir passen auch besser da. Wir haben 20.000 Paar Schuhe. Für was auch? Ja. Bring mal die Cranberry Bushes mit in die hier rumstehen, ne? Die 20 oder 40 Cent. Ja, mach. Auch wenn sie momentan nicht wachsen, aber bitte. Und ich glaube, ich hab jetzt mittlerweile genügend Material für mein Haus. 12 Cranberry Bushes mitgebracht, ey. Bringt mehr Material für meins mit. Also, was heißt meins für unsers? Der Map ist hier irgendwie grün. Sie hat, sie hat, sie hat. Keiner bietet sich an. Ich hatte ja. Oh, ich hab ja, ich hab ja eine Lederhose gedroppt bekommen von einem der Viecher. Lederhose. Und dann hat es ja die richtige gekriegt. Ich hab. Du hattest mich untenrum nichts an. Doch, hatte ich. Oh, nein. Hatte ich. Julia hat mich verstanden. Ja. Rather nicht, aber naja, Männer. Ich hab Kastanienbäume gefunden. Haben wir schon Kastanie? Nein. Hab ich vorhin ganz viele gesehen, aber nein, ich hab keine mitgebracht. Kannst du mitbringen, wenn du willst. Alter, dann nehm ich mal einen Setzling mit, weil würde mich mal interessieren, wie die ausschauen. Mach das. Ne, woher? Jetzt scheint ich krieg's. Oh, Bienen. Ich hab schon so lange keine Bienen mehr gesehen, dass ich die ganz vergessen habe. Das ist ein rötliches Holz, wie es scheint. Kastanie halt, ne? Boah, was macht denn die ganzen Bienen hier? What the? Geht weg hier, ey. Geht stechen. Das war grad total witzig, wie der Baum vor meinen Augen dunkler geworden ist. Na komm, nen Setzling, bitte. Gib mir Setzling, Joanna. Was ist denn da so ein Viech? Ein Fasan. Ach, ich hab zwei. Passt. Der Fasan ist tot. Oh no, it's not the Fasan. Der Fasan ist tot, der Fasan ist tot. Na, was ist denn ein Ent? Nee, doch nicht. Na, ich dachte, vielleicht könnte man das sehen, weil das Blatt sah unten anders aus. Hat sich schon mal jemand getraut, in so eine heiße Quelle reinzuspringen? Nein. Mach mal. Mach mal. Nee. Feige. Ja. Problem damit? Ja. Nein. Nein. Ja. Nein. Ich komm jetzt nach Hause. Ich geh noch ein Stückchen. Du hattest... Also, gleich los ich mich über den Weg. Pass auf. Wahrscheinlich. Kann man dich auf J nicht sehen irgendwo? Nee. Du Glasie. Haben wir schon. Ich weiß. Wolltest du nur sagen. Wollt nur nett sein. Ja. Bist du auch. Ich weiß. Hat du fein gemacht. Danke. Bitte. Gern geschehen. Nehmt euch ein Zimmer. Teuer. Oh, Bambi. Oh, Mutter Bambi. Oh. Oh, hier ist bis heute noch kein Schnee angekommen. Hier ist noch alles gut. Wahrscheinlich Schneebium. Also, so realistisch wie manche Teile der Welt hier auch aussehen. Hier ist ein bisschen nicht so realistisch. Die Berge fliegen fast. Ja, ich denke, der Welt-Generator wird nicht immer alles 100% so hinbekommen, wie die Motte es vorgesehen hat. Jeder Statiker wird sich wundern. Schau mal, was ist denn das da? Ach, das, glaube ich, ist das andere Gebäude, das ich damals mit Steve gesehen hatte, oder? Wobei, nein, ich bin mir gerade gar nicht mal so sicher. In 600 Metern bin ich zu Hause. Hast du Kohle mitgenommen? Ein bisschen. Ich habe eine Kohle, aber eine normale Kohle. Da war das Schmiede. Ich habe einfach nur die Schmiede ausgeräumt. Ach so. Wo war es sonst? Diebstahl-WG. Heute in der Diebstahl-WG. Ria, Julia, was klauen wir heute? Ich habe den Megaclou geplant. Lass uns eine Schmiede ausräumen. Wir klauen Kohle ohne Ende. Wir werden so richtig reich. Ach, da muss ich lang rennen. Komm runter. Danke. Hier sind ganz kleine Bäche, die über den Weg versperren, wo man noch nicht mehr rauskommt, wenn man da einmal reingefallen ist. Ekelhaft, WG. Ekelhaft. So, ich nehme jetzt einfach hier noch ein bisschen Baumaterial mit. Und da noch ein bisschen? Dann kann ich auch ein bisschen richtig schön bauen damit. Pass auf, das wird richtig toll. Ich habe mal die Tür gefunden. Das reicht mir. Hat ja nur drei Folgen gedauert. Ah, Bambi, schon wieder. Ah, töten. Ah, töten. Okay, warte, ich schwimme hin. Ah, du Bambi. Schwein geht aus dem Weg. Hallo, Bambi. Brr, 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 brr. Tot. Ich habe irgendwas getroffen, aber ich habe keinen Inventarplatz mehr frei. So, weiter geht's. User disconnected from your channel. Ach, ich bin noch auf dem, ach, im AFK-Raum. Ich wollte gerade sagen, hä, wer, wer hat denn jetzt von uns Gerage quittet? Hauptsache, ich schneide den Steinball rum, ey. Na, egal. Woop. Da irgendwas oben ist. Berühmte letzte Worte. Ist da irgendwas oben? Ich habe eine Schippe und ich werde sie benutzen. Ich hätte dich vorher noch schnell noch trinken. Erst schmeißt mich die Krabbe vom Haus, dann falle ich ins Feuer. Nochmal. Tja, das ist jetzt leider nicht so geil, ne? Ich würde sagen, läuft bei dir? Nicht. Oh, da ist Wasser. Erst Wasser holen wir. Wow, ich habe mich hochgebaut, nur um zu sehen, dass ich von hier... Ach Gott, egal. Ich habe Lava gefunden. Lava, Lava. Nein. Doch. Oh, aber meine... In 270 Metern haben sie ihr Ziel erreicht. Spitzhacke wird nicht mehr allzu lange halten. Muss ich bald eine neue machen. In 2000 Metern haben sie Rassers Schlafplatz erreicht. Hä? So, ich könnte ja auch einfach mal einen Krug dafür nehmen. Schneller gehen. So. Steht ein Obsturm rum. Kann man den irgendwie abholen? Hä? Ich backe. Die backt. Alter, lass mich raus hier. Strömungen sind manchmal echt mies hier in dem Spiel. Ja, hier ist dieses... Dieses... Irgend so Umweltgedöns... Auf. Hundi. Hallo, Hundi. Hundi. Brav sein. Nichts beißen. Nichts gut. Ja, genau. Home, sweet home, Alabama. Hä? Was ist das nicht? Hallo, ich seh dich. Hallo, ich bin wieder daheim. Hallo, ich bin wieder daheim. Hallo, ich bin wieder daheim. Der Cranberry Bushes. Kann ich noch hundert Zwiebel, drei Mal, kann ich sie noch hier nehmen, denn ist sie kaputt. Hier liegen Zwiebelsamen rum. Warum? Vielleicht bin ich da vorhin draufgefallen, ich hab's nicht gesehen. Hier liegen auf dem Boden, also die beiden Zwiebeln sind fertig und daneben liegt so ein Sack Zwiebelsamen. Interessant. Was? Auf dem Boden, da muss ich ja mal gucken. Strange. Haltberry Bushes und Hunder Bushes. Warum ist es hier in der Wand auch so Hunder Bushes? Das ist schon länger. Passt aber auch gar nicht auf, ne? Nee, das hat doch Mief gesagt. 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 Ja, Mief hat auch neue Büsche hingebracht und hat die dann aufgebaut. Na ja, Ruther passt halt einfach nicht auf, auf das, was wir sagen. Wir interessieren ihn halt einfach nicht. Richtig. Einfach jemand die Zwiebel als Päckchen hingelegt und nicht als Samen. Hä? Ja, ich hab's auch nicht verstanden gerade. Ich hab's jetzt angepflanzt. Ich kann hier die Büsche nicht anpflanzen, die, die... Die Päckchen sind Samen. Manche Büsche kann man nicht aufeinander packen, manche müssen flach werden. Kann ich gar nicht impflanzen, sie springen sofort weg, guck mal. Das hatte ich auch schon mal. Gib mir mal, ich glaube, ich weiß woran es ist. Gib mir mal, ich glaube, ich weiß woran es ist. Du brauchst Gras drunter. Oh toll, da muss ich erst mal krass über die Sache wachsen. Ich glaube, da oben wird auch nichts sein. Da oben... Ist halt jetzt doof, ich will wissen, ob da was oben ist, aber ich hab keinen Bock, mich da jetzt hochzubauen. Ach, Yolo. Dann bauen wir uns einfach mal hoch. Vielleicht ist ja doch was oben. Vielleicht. Wo baust du dich denn hoch? Ach, da ist so ein komisches Gebäude, ein riesengroßes Gebäude. Das ist halt so, aus so, ähm, Stützträgern und Steinen und allem, wie die hier steht. Guck mal, was da ist. Wo denn? Da, da. Warte, ich will. In der Wand. Guck. Oh nein, wie hast du das denn gekriegt? Hast du die klaut, oder? Die hab ich gemacht, Glas kannst du nicht klauen. Nee, Glas geht nicht. Wie hast du die gemacht, 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 wie hast du die gemacht? Ja, in der Feuerstille, es dauert nur ewig. Einfach Sand rein, oder was? Ja. Und dann halt sechs Blöcke zu Scheiben. Ich könnte das auch machen, aber bei mir wird's, glaube ich, sogar ein bisschen schneller gehen. Wahrscheinlich, ja. Aber... Was ist denn hier, was ist denn hier gewachsen? Eine Weide. Alter, Alter. Wo bist du? Oben. In meinem Garten, da ist eine Weide gewachsen. Ich hab da irgendwo vorher mal einen Baum hingestellt. Ich weiß gar nicht mehr, weil ich das... Boah, perfekt. Die Tür passt perfekt. Es hat sich gelohnt, dass ich sieben Folgen unterwegs war. Das passt perfekt. Aber sowas ist perfekt. Das ist ein Riesenbaum. Ah, nee, den hab ich nicht gepflanzt. Ich hab den da rechts gepflanzt. Die... Den Pflaumenbaum hab ich gepflanzt. Die Weide war schon da, aber vielleicht ist das letzte... Oh, die ist hübsch. Aber... Eigentlich sollte das ein Obstgarten sein. Richtig. Ja, dann abbauen, warten, dass ein Sitzling rauskommt. Da verschwinden gleich mehr Blätter. Oh, ein Stock kommt raus. Ah, hab ich da unterbrochen. Okay, weiß ich. Die sieht aber echt hübsch aus. Mhm. So, ich bin ganz oben. Was ist ganz oben? Drei Schafe. Drei Schafe. Ernsthaft, hier oben sind drei Schafe. Ist nicht deren Ernst. Ich geh hier oben auf dem Dach jetzt schlafen. So. Das ist eine gute Idee. Revit, Revit. Ich schlaf auch. Irgendjemand hat die Haustür aufgelassen. Und ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.